18.02.2020, 14.30 Uhr, 33. Wie ist es, André? Ist es gut? Hallo, hallo, guten Tag. Da bin ich mal wieder. Ja, fremdbestimmte Kooperation oder doch selbstbestimmtes gemeinsames Handeln. Hallo Petra, hallo, kommt mal rein, teilt das. Hallo Susi, hallo. Hallo, hallo. Ja, ich habe jetzt mal ein paar Themen. Die, die meinen Nachrichtenkanal auf Telegram kennen, die haben sich ja auch schon gut informiert, denke ich mal. Hallo Johann, guten Morgen Stefan, hallo, hallo. So, jetzt habe ich schon mehr begrüßt, als hier dran stehen, wie immer. Ja, ist auch völlig egal, wie viele da stehen. Ich wollte heute mal reden über ein paar Themen und da habe ich mir den Herrn Merz rausgesucht. Denn da ging es jetzt um einen Artikel. Und zwar hat der Herr Merz, der möchte ja jetzt weiter reinkommen in die Geschichte. Ich halte das für sehr gefährlich, diesen Mann. Ich halte Friedrich Merz für einen sehr gefährlichen Mann. Und ich sage euch dann auch, warum. Ich werde euch ein bisschen was aus seinem Leben vorlesen. Und da gab es in der Welt einen Artikel. Und das hieß, Merz liefert sich Schlagabtausch mit Journalistenverband. Ihr wisst ja, dass ich mich auch um die alternativen Medien kümmere. Und da ist natürlich so eine Aussage, die vom Herrn Merz kommt und der natürlich Interessen hat. Man muss sich immer fragen, wem nutzt das alles. Und in dem Fall muss man immer eigentlich gucken, wer das meiste Geld macht. Und wer Verluste, mögliche Verluste vor sich hat. Hallo, es werden immer mehr, aber die Anzahl da oben an Zuschauern immer weniger. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, hi Kai, hallo, ja. Meldet euch ruhig, dann weiß ich wenigstens, wie viele wirklich drin sind. Weil das weiß man heutzutage ja nicht mehr. Ja, und dieser Artikel aus der Welt, der ist ganz interessant. Der ist vom 17., also von gestern. Und das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Und dann auch mal ein bisschen darüber sprechen, wer denn dieser Friedrich Merz überhaupt ist. Und was das bedeuten würde vielleicht auch für Deutschland, wenn Friedrich Merz... Was eigentlich, wenn man jetzt immer gehört hat, hallo Bernd, Cosmo, hallo, hallo Christian. Das Ding ist ja, viele reden immer über den Deep State. Also der Staat unterm Staat sozusagen. Verdeckter Staat. Wer hat da eigentlich das Sagen? Inzwischen wissen wir, dass das ganz große Kooperationen sind. Also Corporations, das heißt auf Deutsch große Firmen. Hallo Rolf, hallo. Und die drehen das Ding. Das sind Lobbyisten. Er ist auch ein Lobbyist, der Friedrich Merz. Und wir werden nachher gucken, was für eine Art von Lobbyist er ist. Also er hat fast überall die Hände drin, zumindest überall da, wo es um viel, viel Geld geht. Und jetzt, da ja die Situation in der CDU nicht besonders gut ist und die Frau Merkel ja auch irgendwie total abbaut, wobei sie in meinen Augen immer schon abgebaut war. Die Frau Merkel ist eine Frau, die ich ja, wie ihr wisst, schon lange nicht mehr ernst nehme. Zumindest seitdem sie gesagt hat, dass sie glücklich ist, dass Osama Bin Laden getötet wurde. Seitdem ist sie für mich komplett undemokratisch. Also zumindest hat es mit unserer Verfassung, mit dem Grundgesetz, nichts zu tun. Hallo, hallo aus der Schweiz, hallo. Ihr könnt gerne das Video teilen. Heute geht es mehr um den Friedrich Merz und seine Vorschläge, weil, wie gesagt, ich halte ihn für sehr gefährlich für Deutschland. Und ich denke, deswegen ist er auch wieder auf der Bühne der Politik, denn er hat ja massiv viel Geld verdient in der Zwischenzeit, in den 2000er Jahren und hat seine Finger überall drin, auch in den Cum-Ex-Geschichten. Das können wir dann nachher noch durchgehen. Jetzt geht es um einen Artikel und zwar um den Journalismus. Er hat jetzt also ein Artikel, also er hat ein Interview gegeben. Er hat also, ich fange einfach mal an. Auf Merz' Aussage, Politiker könnten Social-Media-Kanäle nutzen, statt sich auf herkömmliche Medien zu verlassen, reagierte der Deutsche Journalistenverband empört. Merz erklärte sich in einem Brief, doch damit endete die Diskussion nicht. Eine Absage des CDU-Politikers Friedrich Merz an die herkömmlichen Medienberichterstattungen hat für Empörung beim Deutschen Journalistenverband gesorgt. Merz hatte am 21. Januar bei einer Veranstaltung in Aachen gesagt, wir brauchen die nicht mehr. Über eigene Social-Media-Kanäle wie YouTube könnten Politiker ihre eigenen Interessen wahrnehmen und ihre eigene Deutungshoheit auch behalten, sagt Merz. Und das ist die gute Nachricht der Digitalisierung, führte er hinzu. Der DJV zeigte sich am Montag in einem offenen Brief an Merz. In hohem Maße irritiert sollte der potenzielle künftige CDU-Bundesvorsitzende und Kanzlerkandidat Journalisten und Medien als vierte Säule des Staates aushebeln wollen, werde der Journalistenbund erbitterten Widerstand leisten, kündigte der DJV-Bundesvorsitzende Frank überall an. Er fragte Merz nach seinem Verständnis von der Rolle der Medien im demokratischen Rechtsstaat und ob der Journalisten für einen überflüssig gewordenen Berufsgruppe halte. Der CDU-Mann antwortete in einem Brief, den er am Montagnachmittag bei Twitter veröffentlichte. Darin schrieb er, er habe an keiner Stelle die Bedeutung der freien Presse infrage gestellt. Merz betone, in fast jeder meiner Reden die Bedeutung und Notwendigkeit der Pressefreiheit, die er erheblich gefährdet sehe. Es gibt also keinerlei Notwendigkeit, den Widerstand des DJV zu organisieren. Merz erklärte, dass der Satz, wir brauchen die nicht mehr, sich ausschließlich und erkennbar, und jetzt kommt es, auf die Verbreitung von Nachrichten über Social-Media-Kanäle beziehe. Okay, nochmal. Der Merz erklärte, dass der Satz, wir brauchen die nicht mehr, sich ausschließlich und erkennbar auf die Verbreitung von Nachrichten über, Social-Media-Kanäle beziehe. Das heißt, alles, was wir hier machen. Ja. Das, sagt er, das brauchen wir nicht mehr. Überall dankte Merz daraufhin in einem Brief für ein klares Plädoyer für das Grundrecht der Pressefreiheit, das ich aufgrund ihrer berichteten Äußerung so nicht erwartet hatte, sagte er. Also, was lernen wir daraus? Das bedeutet, er möchte wieder die offiziellen Medien stärken. Wir haben auch gesehen, dass die GEZ, die ja von über 4,5 Millionen Menschen boykottiert wird, was genau richtig ist, wenn man es nicht konsumieren will und wenn man nicht einverstanden ist, wie die Berichterstattung funktioniert und wie auch das Filling, also die Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen so funktionieren. Die wollen ja auch noch die GEZ ein wenig erhöhen, um die Zeitungen auch zu retten. Weil sie erkannt haben, dass die Leute sich nicht mehr einfach nur über die Öffentlich-Rechtlichen Medien und die etablierten Massenmedien sich nicht mehr ausschließlich nur noch darüber informieren, sondern ganz viele Social-Media-Plattformen, Quatsch-Nachrichten-Plattformen auf den Social-Media-Plattformen gebildet haben. Diese Versammlung leite ja sozusagen ich oder habe sie initiiert. Und dann sagt er, wie gesagt, die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen die nicht mehr. Die haben ja noch nicht mal richtig angefangen. Das heißt also, die Angst wird immer größer von diesen Menschen, die glauben, dass diese Berichterstattung einfach so weitergehen kann. Also dieses Experiment Internet, was ja vom amerikanischen Militär gemacht wurde und dann als Experiment auf uns losgelassen wurde, ist irgendwie nach hinten gegangen und jetzt wird sanktioniert, zensiert, es wird geblockt, was das Zeug hält. Und jetzt sagt der Merz sowas. So ein Quatsch. Aber na gut, sie strampeln mit den Beinen, wie kleine Kinder. Jetzt lesen wir mal, was der Herr Merz so gemacht hat. Und da lese ich mal aus Wikipedia ein bisschen vor, damit ihr ihn ein bisschen kennenlernt. Also vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember war 2004 war Friedrich Merz Anwalt in der Kölner Kanzlei Cornelius Bartonbach-Hesemann. Übrigens ist sein Vater Jurist und sein Großvater. Er war Partner der internationalen Kanzlei Mayor Brown LLP. Seither ist er Senior Counsel. Darüber hinaus nahmen Friedrich Merz in der Wirtschaft zahlreiche Tätigkeit in Beratungs- und Kontrollfunktionen war. Und jetzt lehnt euch zurück. Dann wisst ihr, mit welchen Wassern Herr Merz gewaschen ist. Denn es ist, glaube ich, wichtig zu kapieren, wo er sich alles, wo er überall drin ist. Und das ist sehr erstaunlich, weil wenn man das so gleich lesen wird, wird man denken, wie schafft der Mann das eigentlich? Aber ich kann euch nur eins sagen, dieses System funktioniert immer nach den gleichen Mustern. Und zwar geht es nur um Geld. So profan ist das. Aber ich lese es euch vor, wo man überall so Geld verdienen kann. Im Januar 2010 wurde er in den Verwaltungsrat von HSBC, Trinkhaus und Burkhardt auch mit drin. Martina Blackrock kommt auch noch. Ja, das ist halt ein Teil Blackrock. Er ist fast überall drin. HSBC, Trinkhaus und Burkhardt waren auch mit den Cum-Ex-Geschäften voll mit drin. Einer Tochtergesellschaft der HSBC Holding Pick Place in Hongkong und Shanghai Banking Cooperation. Das heißt, er hat schon investiert in den asiatischen Markt. Berufen, wo er die Nachfolge des verstorbenen Otto Graf Lambsdorff als Vorsitzender antrat. Im Juni 2010 wurde im März vom Bankenrettungsfonds Sofin, er wurde auch noch beauftragt von dem Bankenrettungsfonds, obwohl er in den Aufsichtsräten der Banken ist. Ihr seht, sie pimpern sich alle gegenseitig. Damit beauftragt er den Verkaufsprozess der West-LB an einen privaten Investor zu leiten. Da hat er auch ziemlich viel Geld verdient. Im gleichen Monat wurde er in den Aufsichtsrat von HSBC, Trinkhaus und Burkhardt gewählt. Nach Beginn der Verhandlungen über einen Teilverkauf der West-LB mit HSBC, Trinkhaus und Burkhardt endete seine Tätigkeit mit dem Mai 2011. Einige Medien vermuteten einen Interessenkonflikt wegen seiner Mitgliedschaft in der HSBC-Aufsichtsrat, was März natürlich zurückwies, ist doch klar. Die mit März vereinbarte Höhe des Honorars lag nach unbestätigten Medienberichten bei 5000 Euro pro Kalendertag. Dem Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU zufolge sei ein derartiger Tagessatz nicht völlig unüblich, aber an der oberen Grenze. Frontal 21 kritisiert er des März 5000 Euro pro Tag, auch samstags und sonntags insgesamt 1.980.000 Euro für 396 Tage für erfolglose Arbeit vom Steuerzahler erhielt. 1.980.000 für 396 Tage. März gehörte den Aufsichtsräten der AXA-Konzern AG, also Versicherung auch noch, bis 30. Juni 2014 war er da. Der DBV Winterthur Holding AG, noch mal Versicherung. Der Deutschen Börse AG, Geld an der Börse. Und der IVG Immobilien, auch noch die Immobilien, bis 2010. Ferner gehörte März in Beiträgen der Borussia Dortmund Geschäftsführung, ach, auch noch im Fußball. Und der Commerzbank, ach, noch eine Bank, bis Ende 2009. Und am 30. November 2010 wurde März bei der Jahreshauptversammlung von Borussia Dortmund in den Aufsichtsrat gewählt. Er ist einfach toll, dieser März. Zum Ende des Geschäftsjahres 2013-14 trat März aus persönlichen Gründen von diesem Amt zurück. März war darüber hinaus Mitglied des Verwaltungsrates der BASF Antwerpen. Also auch noch richtig übel, Chemiekonzern. Also wo war er jetzt? Im Sport, in den Banken, in den Versicherungen? Einfach überall. Und in der Chemie. Seit 2019 ist der Vorsitzende des Aufsichtsratsrats der WPA Industrie Holding. Naja, in der ganzen Industrie so sogar. Weiterhin ist März Mitglied im Verwaltungsrat der Stadler AG. Seit Dezember 2017 ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen Köln-Bonn. Also auch noch die Flughäfen. Versteht ihr? Jetzt versteht ihr langsam, was Deep State bedeutet. Das ist ein Typ. Ein Typ ist in 2030 solchen Aufsichtsräten drin. Einer. Die drehen das ganze Ding mit ein paar hundert Leuten auf der Welt. Und er ist halt ein ziemlich großer für Deutschland, für den Deep State Deutschland. Seit März 2016 ist er als Aufsichtsvorsitzender Lobbyist für den deutschen Ableger des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock. Die sind ja, wie wir wissen, in 17.000 bis 18.000. Man kann es gar nicht wissen genau, weil man nicht alles angeben muss. Also wenn man unter eineinhalb Prozent Beteiligung an einer Firma ist oder an einem Geschäft, dann muss man das nicht offenlegen. Stefan sagt, der Mann hat Connections. Oh, der hat Connections. Und wir sollten uns auch unsere Connections warm halten. Und zwar die, die wir jetzt aufbauen, um dieses System zu verändern. Lernt daraus. Kennst du die Regeln? Weißt du, wie du sie brichst? Kennst du sie nicht? Brechen sie dicht. Verdammt nochmal. Merkt ihr nicht, was die Leute hier machen? Für mich ist es völlig klar, was sie hier machen. Die drehen das Ding für uns. Und wir, äh, was passiert denn da? Oh Gott, was passiert denn mit uns? Was im Zusammenhang mit seiner Kandidatur zum Parteivorsitzenden der CDU 2018 im überregionalen Tageszeitung unter anderem wegen eines möglichen Interessenkonfliktes aufgegriffen wurde. Also Blackrock ist Interessenkonflikt, aber nicht der Flughafen Köln. Auch nicht der Industrieholdings und auch nicht die Stadler AG und auch nicht die Commerzbank und aber auch nicht die Winterthur AG oder auch nicht Borussia Dortmund. Nein, auch die AXA AG und die West-LB und die HSBC Trinkhausen-Burkhardt haben... Ah, jetzt habe ich sie mitgekriegt. Jetzt war ich weg. Aber ich bin wieder da irgendwie. Bin wieder da. Kommt ihr wieder rein, ja? Ja, das ist wohl so, wie es ist. Die Störungen. Ja, da gibt es auch also einen guten Bericht. The long goodbye of Wi-Fi has begun. Das bedeutet also, das lange Wiedersehen, der lange Abschied von Wi-Fi hat begonnen. Ganz interessant, ja? Was die vorhaben und wie sie uns connecten wollen. Ähm... Nochmal. Die Fremdbestimmung sollte wirklich abgelegt werden und die Selbstbestimmung zur Kooperation. Wir sind, wie wir festgestellt haben, brillante Kooperationsmitglieder. Alle. Du und ich auch. So, wir helfen gerne. Wir machen mit. Aber leider nur mit Druck von außen. So, ein Typ wie der Friedrich Merz, der kann sehr viel Druck ausüben auf Seiten des Flughafens, der Versicherungen, der Banken, des Sports, der Chemieindustrie und sonstigen, weil er ist ja, wenn er Aufsichtsrat ist, von Blackrock Deutschland, dann bedeutet das auch, dass er in 18.000 verschiedenen Firmen ein kleines Sagen mit hat. Also sollten wir daraus lernen und uns selbst verbinden miteinander. und zwar intelligent. Wir haben doch gar nichts zu verlieren, wenn ihr es so seht. Was haben wir denn schon zu verlieren, wenn wir anfangen, miteinander zu kooperieren und eigene kleine Firmen aufmachen in Form von Genossenschaften? Was haben wir zu verlieren? Das ist die Frage. Wir hätten zu verlieren, dass wir nicht mehr so viel fremdbestimmt wären und langsam in die Autarkie gehen könnten. selbst regional gruppenbezogen selbst zu gestalten. Das wird ja nicht so gern gesehen. Das ist ja schon so eine Art auch Kommunismus, dass es für das ganze Land gilt. kann man daraus ausbrechen, kann man daraus ausbrechen. Klar, es gibt ja auch schon autarke, kleine Dörfer und ich plädiere dafür, dass immer mehr solche Sachen sind. Man sollte immer mehr solche kleinen, kleinen Dörfer, die fast leer stehen, einfach aufkaufen und da was Neues gestalten mit eigener Infrastruktur und eigener Wirtschaft einfach sich trauen. Und ihr werdet sehen, was für Wunder sich da öffnen. Ja, also hier der Bericht, das mit dem langen Abschied von Wi-Fi hat begonnen und da geht es natürlich wiederum nur darum, dass man uns natürlich kontrollieren möchte und auch einfach in der Art und Weise, dass sie uns besser kontrollieren, wie unser Konsumverhalten ist. Und das solltet ihr mal ein bisschen auch kapieren. Also je mehr ihr, ich kaufe ja so gut wie gar nichts. Also manche Dinge ganz selten, ich kaufe sowieso nichts. Aber wenn ich muss, dann ja. Aber ihr solltet einfach nichts mehr mit Karte machen. Jetzt haben sie ja auch angefangen zu sagen, dass die Geldscheine mit Coronavirus oder sonstigen Grippeviren sein könnten. Oh, da haben wir so lange Zeit Papiergeld gehabt und sie sind nie drauf gekommen, dass es doch unhygienisch ist. Was ist denn mit den ganzen Bonks, die da rauskommen, wo das krebserregend ist, dieser Toner auf den Quittungen, die man kriegt beim Einkaufen. Leute, also lasst euch bitte nicht verarschen. Benutzt so viel Bargeld, wie es nur geht, holt es raus und bezahlt alles bar. Lasst euch nicht kontrollieren. Lasst euch nicht in die Karten gucken. Das ist das, was sie wollen. Und nicht nur das. Es geht noch viel weiter. Und ich habe da mal dieses Diepel da angemacht. Wo ist es hier? Das ist die Übersetzung. Ja, ist er hier. Supala sagt, dass Unternehmen Mobilfunkmodule gegenüber WiFi wählen, weil die Module einfacher einzurichten sind und die Unternehmen die Erfahrung der Verbraucher besser kontrollieren können. Das ist doch das, was ich sage. Also, dass sie wollen so eine Art, ich lese es einfach mal vor, damit ihr das versteht. Es ist auch für mich erstmal, ich bin jetzt kein so Computerfreak und auch kein Zukunftsfreak, ehrlich gesagt. Aber sie wollen einfach alles miteinander verbinden in dieser Smart Future, wo man eigentlich schon alles weiß, was der Konsument so alles braucht. Also, es gibt Grund zu der Annahme, dass Hussein Rechtheit, also zumindest für hochwertige Geräte wie medizinische Geräte, Haushaltsgeräte und Geräte für den Außenbereich wie Poolreinigungsroboter Zach Supala, der CEO von Particle, einem Unternehmen des LOT-Komponenten, ein Unternehmen mit wenig Erfahrung im Bau von verbundenen Produkten liefert, sagt, dass mehr als die Hälfte der LOT-Geräte in der Wolke von Particle die zellulare Verbindung nutzen, ebenfalls in Reichweite eines WiFi-Netzes liegen. Also, das sind so zellulare Geschichten, die also jetzt auch schon langsam eingesetzt werden, wie zum Beispiel bei den selbstfahrenden Autos oder auch mit dieser iWatch, wo du also alles kontrollieren kannst, von Blutdruck bis Herzfrequenzen, Schweiß, Kalorienaufnahme und so weiter. Also, ich finde es furchtbar. Ich möchte sowas nicht. Und diese Leute sollten auch keine Subventionen bekommen und schon gar keine Steuergelder. Das müssen wir Bürger einfach selbst besprechen und das nicht mehr denen überlassen. Geht da nicht nur das komplette Handverfahren, gespeichert bei Terra Data und danach bekommt sie deine Werbung zugesendet. Ja, es geht ja nur noch im Grunde alles um Geld und dieser Wert muss sich ändern. Wir haben es ja tausendmal gesagt. Nutzt es den Menschen, nutzt es der Umwelt, nutzt es dem Frieden. Ja, also wir sollten hier aufbauen und ich werde mich auch in Zukunft mehr darauf konzentrieren, was es alles gibt für Möglichkeiten. Ja, ich meine, das, was der Herr Merz jetzt gesagt hat und was ich hier vorgetragen habe, dem versuche ich ja mit jetzt inzwischen 78 verschiedenen alternativen Medien entgegen zu wirken. Weil wir kapiert haben, was hier läuft. Und so muss man das in jeder einzelnen kleinen Sparte machen. Also das sind jetzt die Medien. Und nochmal, eine Indoktrination findet durch drei Säulen statt. Eine Indoktrination der ganzen Gesellschaft. Ob das in einem Kommunismus, Diktatur oder in einer komischen, merkwürdigen, kapitalistischen, repräsentativen Demokratie stattfindet, ist eigentlich völlig wurscht. Das ist eigentlich überall das Gleiche. Das ist die Bildung. Da werden die großgezogen. Und dann sind das die Medien. Da haben wir ja gerade das Problem. Und die politischen Rahmenbedingungen. Und diese drei müssen eine Agenda bilden. Und dann geht das. Und wir müssen diese drei Säulen auch alle abdecken. Und dafür brauchen wir halt nun mal Menschen. Alle sammeln beim Finanzamt in den Briefkasten. Können die doch entsorgen. Ja, genau. Also diese drei Säulen Bildung. Das bedeutet, wir müssen neue Schulen bauen, Leute. Neue Schulen machen. Uns darüber Gedanken machen, wie wir die Leute erziehen wollen. Die Menschen, die kleinen Menschen. Die Bildung an den Hochschulen. Die muss frei sein. Auch für die Wissenschaftler. Das habe ich schon tausendmal gesagt. Dann die Medien. Darum kümmern wir uns ja inzwischen. Gott sei Dank. Es hat zwar lang gedauert, aber wir kommen voran bei den alternativen Medien und wollen das auch stärken. Und da denken wir ganz sehr wohl darüber nach, welche Art von Berichterstattung gibt es denn in der Zukunft? Welche wollen wir denn? Wollen wir nicht auch mal positive? Die ganzen Nachrichten immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Immer nur Angst und vor allem Krieg. Also ich kann es nicht mehr hören. Und ich will mich auch davon, ich meine, das sind doch einfach Soziopathen, Psychopathen. Und ich habe hier gerade einen Bericht offen. Könnt ihr auch angucken von Free21. Hatte der Hermann Plopper mal geschrieben. Im November letzten Jahres. Also 6,4 Millionen Dollar wurden ausgegeben für die Kriege nach 9-11. Und insgesamt gab es 3,4 Millionen Tote. Von was reden wir eigentlich? Von was reden wir, wenn die das nicht wissen wollen? Wenn die Menschen das so verdrängen, dass es 3,4 Millionen Tote gab seit 9-11, durch den War on Terror, dann kann man nicht mehr sagen, die Leute verstehen dann aber wahrscheinlich nicht, dass sie in einer Gewaltherrschaft leben. Und diese Gewaltherrschaft wird von uns allen, durch unseren Konsum und durch unsere Arbeit in diesen Firmen, die alle zusammengehören, einfach mitgestaltet. Deswegen raus da und rein in eine neue. Hört auf, da so viel zu meckern. Es ist jetzt inzwischen allen klar, wie es funktioniert. Die Strukturen, was nutzt es denn sich jedes Mal, total aufzuregen und zu sagen, hast du das gelesen, hast du das gehört? Oh Gott, hast du das? Hast du gehört, dass es aus dem Labor kommt? Hast du gehört, was mit Impfungen passiert? Hast du gehört, was die mit der Luft machen? Hast du es gesehen, was die da machen mit der Erde? Hast du das gesehen, wie sehe die Massentierhaltung? Massentierhaltung hast du gesehen? Ja, haben wir. Haben wir. Und jede neue Information, die wir bekommen, das beruht auf den gleichen Strukturen. Amadeus Paula, wenn du was verändern willst, dann musst du in einer etablierten Partei gehen und von da aus den Flügel ausbreiten und deine Ideen einbringen. Ja, dann mach doch du das. Ich habe ja meine eigene Partei gegründet und ich habe genug dafür getan. Das kann jeder machen, wie er möchte. Du kannst in eine Partei gehen, du kannst eine neue Firma aufmachen, eine Genossenschaft. Ihr könnt einfach ein bisschen Geld zusammenlegen mit zehn Leuten und euch ein Stück Acker kaufen und da einfach was machen. Ihr könnt neue Häuser bauen, auf Hanfmaterialien aufbauen. Ihr könnt ganze Firmen mit Cradle to Cradle aufbauen, auch Permakultur einfach machen und dann eine regionale Wirtschaft betreiben. Das ist alles in unseren Händen. Wir brauchen nicht zu warten, dass es irgendwer macht. Du hast gute Ideen, über die werden nicht gehört, weil du in keiner Partei bist, die etabliert ist. Du, das ist mir egal. Diese etablierten Parteien, die machen Ringel rein mit, äh, Ringelpiets mit Anfassen. Das braucht kein Mensch mehr. Dieses alte System ist völlig für die Katz. Das ist nur, um sich selbst weiter zu bereichern und die führen einfach nur aus, was die Lobbyisten da, ich glaube es sind 1200 Lobbyisten, die da ein- und ausgehen im Bundestag. Die machen die Arbeit, Amadeus, nicht die Parteien. Die Parteien führen nur aus mit Druck. Auch die haben Angst und Druck von diesen Großen, wie zum Beispiel vom Herrn Merz, der da immer so dazwischen, der hat ab und zu Interessenskonflikte. Aber kein anderer, also ich meine, Gerhard Schröder hatte auch keine Interessenskonflikte und auch nicht der Joschka Fischer von den Grünen. Und auch nicht der Sigmar Gabriel, der jetzt zur Deutschen Bank geht, die haben keine Interessenskonflikte. Es geht ihnen doch allen nur ums Geld. Und das ist also wirklich, das ist das Allerletzte. Wenn man das Geldsystem, das Schuldgeldsystem verstanden hat. Also braucht man da nicht. Gitter, jeder weiß, das System ist das Problem. Dazu gehören auch Parteien. Wir brauchen andere Wege. Da hat Paula recht, meine Liebe, geh mit dir konform. Ja, ich meine, natürlich kann man es probieren, aber man wird wirklich eliminiert. Habt ihr nicht gesehen, wie schnell da CDU-Leute einfach mal, die den Ministerpräsidenten von der FDP, den Kemmerich gut, also gratuliert haben, einfach mal rausgekickt werden. Das ist doch keine Demokratie. Frau Merkel hat keine Demokratie. Und wenn du an der Stelle wärst, Amadeus in der CDU, wärst du genauso rausgekickt worden, wie andere auch. Das ist gar keine Frage. Wenn man dich nicht gebrauchen kann und wenn du nicht konform läufst, bist du auch da draußen. So leicht geht es nicht. Und manche sterben auch aus Versehen. Haben wir oft genug in der Geschichte gesehen, auch in Deutschland. Ja, Müllemann und Co. Wenn man da nicht so ganz konform geht und sich zu weit rauswagt, dann wird man schon eliminiert. Oder es wird einem was angehangen, ein Sexskandal oder Pädophilenskandal. Einfach rausgekickt, wenn du zu nah rankommst. Das ist nütz. Nütz doch das System, um deine Ideen zu verbreiten und sei dein eigener Lobbyist. Ja, ich bin mein eigener Lobbyist. Was mache ich denn hier? Ich erkläre, wie es funktioniert und wie, was wir rauskommen können. Weil die Leute haben ja keine Ideen. Das wird nicht gelehrt in den Schulen. In gar keiner Schule. Und auch nicht in den Hochschulen. Wird nicht Kreativität gelernt. Höchstens in Kunst und Musik. Da darf man das. Aber in allen anderen Bereichen bloß nicht. Da wird schön gelernt, was da in den Büchern steht. Kita, wir müssen endlich aufhören und durch alle vier Jahre der Verantwortung im Leben zu entziehen. Ja, einfach mal ein bisschen emanzipierter sein, ein bisschen sich mehr trauen und auch selber einfach anfangen zu nachzudenken. Ihr glaubt auch wohl nicht und ich sage es hier zum x-ten Mal, dass irgendein Politiker oder irgendein Lobbyist wie der Herr Merz nicht ein Fünkchen mehr Intelligenz besitzt als ihr. Das ist absurd. Wie könnt ihr es glauben, dass sie es mehr wissen? Sie wissen Scheißdreck. Sie wissen nur, da muss ich hin. Ich muss zur Deutschen Bank. Ich muss zu irgendeiner Bank. Ich muss Vorstand sein. Da und dort und dort. Und dann läuft es für mich. Und zwar richtig. Ach, ich habe ja auch noch geschrieben, die haben sich ja schon wieder die Diäten erhöht. Ja, aber bravo. 20% in den letzten 10 Jahren. Hallo Paula, ja, ich stimme dir 100% sich zu, sagt Achim. Wir wissen es alle. Du gehst meines Erachtens einen sehr schmalen Grad. Zum einen möchtest du informieren, zum anderen aber bist du Botschafter von Bad News. Es ist nur allzu normal, dass der Mensch bei zu viel Bad News einfach zumacht. Zum Schutz, das weißt du ja. Lass uns doch erkennen, dass das System am Ende ist. Ja, richtig. Es wird kaputt gehen. Absolut. Aber das Neue wartet. Ja, das Neue wartet aber nur, wenn wir kapieren, was wir zu tun haben. Wir können nämlich daraus lernen. Es wird kaputt gehen. Aber das Neue wartet. Lass uns doch alle mal was Neues, übrigens, was ist das? Lass uns doch alle erkennen, überlegen, was wir Neues schaffen. Liebe Grüße aus Wiesloch. Natürlich. Deswegen sage ich es immer. Gitta, genau so ist es. Sonst wären Rotkühnert bestimmt nicht Politiker. Ja, klar. Also, ja, auch dieses Ding, dass man hier immer Steine in den Weg gelegt und bekommt und immer wieder irgendein Diplom und ein, eine, irgendwie, auch mit den Oscars und alles und diese Preise und diese, ja, immer diese Auszeichnungen und diese, also all dieses, das ist eine totale Farce. Hier werden alle ausgezeichnet, die diesem System so treu dienen, dass mir schon schlecht wird. Oder Nobelpreis, was ist mit dem passiert? Das war ja alles mal Nobel angedacht, aber es ist rausgekommen, dass, dass eigentlich nur diese extremen Systemlinge da einfach vorankommen. Nun, jetzt wird auch die Mittelschicht ange, richtig angekratzt. Jetzt, die nächsten zwei, drei Jahre werden Ärzte, Architekten und so weiter, alle, die ein bisschen mehr verdienen, werden jetzt drankommen. Und die werden das Kotzen kriegen, wenn sie ihre Schuldkredite nicht mehr zahlen können für ihren tollen Porsche Cayennes und ihre großen Häuser und ihre schönen, langen Flüge und Urlaube und alles, was sie da benötigen und ihre Designermode, die total überbewertet ist. All das wird fallen. Und ich bin ja froh darüber. Weil das ist ja auch der Grund, warum, warum diese Welt, übrigens hat der auch noch, der Herr Merz hat auch noch zwei Privatjets. Der ist Privatflieger. Da muss er natürlich Geld immer ranholen, weil so, so eine Wartung und, so ein, äh, so, so zwei Flugzeuge machen verdammt viel Arbeit. Ich weiß ja auch, ähm, ich kenne ja auch einige, die Yachten haben. Das kostet unheimlich viel, die immer wieder unter dem Boden sauber zu machen, die, die Plätze, die, die, die Parkplätze sozusagen auch noch zu bezahlen das ganze Jahr über. Da muss immer wieder Geld nachfließen, Geld nachfließen, weil das kostet Unmenge an Geld. Aber sie hören nicht auf. Sie hören nicht auf. Und Soros in seinem, George Soros in seinem Alter hört ja nicht auf. Sie hören nicht auf. Bill Gates und Melinda Gates, warum entspannen die sich nicht einfach? Warum wollen sie immer mehr Geld machen mit Impfstoffen? Warum hören sie nicht auf? Warum bleiben sie nicht einfach mal schön zu Hause in ihrem Liegestuhl und genießen das Leben? Weil sie nicht können. Sie sind süchtig nach mehr. Nach immer mehr. Und das ist auch das, was wir verstehen müssen, dass dieses immer mehr süchtig machen kann. Viele sind ja süchtig. Viele sind fernsehsüchtig. Viele sind konsumsüchtig. Sie gehen shoppen und fühlen sich wohl danach und denken, sie müssen sich, ich kann es ja verstehen, sie müssen sich belohnen für diese Drecksarbeit, die sie leisten müssen. Aber das ist kein Belohnen, das ist ein Ansporn für diese Gesellschaft. Und die haben ja auch mal so eine Statistik gemacht in den U-Bahnen. Wenn es besonders stressig ist in der U-Bahn und viele Leute sind, wird am meisten übers Internet verkauft von den Handys. Das heißt, je gestresster der Mensch ist, desto mehr kauft er. Also, was gilt es? Den Stresspegel zu reduzieren, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, die meisten Dinge selbst zu tun, sich mehr Zeit zu geben. Kommt, der wahre Luxus heutzutage ist doch wirklich Lebenszeit. Muss man einfach mal sagen. Die Lebenszeit ist der wahre Luxus. Alles andere, du kannst dir eigentlich alles machen mit deiner Zeit. Und natürlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die können sich aber ändern, indem wir, geht denn jetzt irgendeiner auf die Straße? Habt ihr immer noch irgendwie so, außer ein paar kleine, kleine Runden, geht denn massiv jemand auf die Straße wegen diesen Demokratie, sagen wir mal, Putsch, Demokratie-Putsches in Thüringen? Sehe ich da eineinhalb Millionen oder fünf Millionen Menschen, die sagen, hallo, akzeptiert Demokratie, Nein, nein, nein. Ich schätze mal, dass dann, müsste man mal echt gucken, nach Thüringen, ich glaube, der Konsum ist hochgegangen. Das ist innerer Stress, dann wird es Wut und dann will man kaufen. Kannst du mir begründen, sagt Amadeus, was deine Gründe sind, in einer Partei zu gehen, damit du das veränderst, was du sagst. Auch wenn du rausgeschmissen wirst, wird die anderen, ist das doch egal. Aber deine Reichweite für die guten Ideen, die du hast, werden dir weiter folgen. Nee, das ist nicht so. Ich sehe das anders. Ich möchte mit Menschen, die so eine negative, kaputte Energie haben, überhaupt nichts zu tun haben. Diese Menschen werden auf uns zukommen, wenn wir was Neues erschaffen. Denn sie sind gewohnt, einfach anderen hinterher zu trotten. Und dann müssen wir das halt erschaffen. Kein Problem. In Dresden waren 30.000 auf der letzten Pegida-Gitter. Ich habe es mitgekriegt. Ja, 30.000. Ich meine, ich bin jetzt kein Fan von Pegida, aber ich meine, ich habe die jetzt auch nicht mehr verfolgt, was in diesen Reden da gesagt wird, bei der Pegida. Ich finde es trotzdem gut, dass die Menschen eigentlich da wenigstens was tun. Denn es ist ja eine Ohnmacht, die da stattfindet. Und bei 6,4 Billionen sozusagen Dollar, die man in die Kriege gegen den Terror steckt und bei 3,4 Millionen Toten, die produziert wurden und Flüchtlinge natürlich ohne Ende, muss man sich schon fragen, was finanzieren wir mit unseren Steuern? Oder sagen wir auch, wenn ich es nicht mache, macht es doch ein anderer. Das wäre sehr traurig. Wenn wir die Veränderung nicht machen, macht es kein anderer. Das ist richtig. Wenn wir die Veränderung nicht reinbringen, dann macht es kein anderer. Gitter, ich mag Höcke nicht, aber was er sagte, war korrekt. Ja, also mir ist das völlig egal. Ich halte den Friedrich Merz viel gefährlicher als den Höcke, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja, das ist meine Meinung. Und wie gesagt, ich wähle keine dieser Parteien und bin auch kein Freund von einem dieser Parteien. Sie sind alle neoliberal. Sie reden nur über Steuern und Steuern bedeutet, uns zu steuern. Ich möchte mich nicht steuern lassen. Ich möchte dazu beitragen, dass die Infrastruktur gut funktioniert, dass wir alle zu essen und zu trinken haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und was anzuziehen haben und dass wir glücklich leben können, ohne getrieben zu sein, um Prostitution nachzugehen, für Geld. Ja, etwas zu tun für Geld. Ich möchte mich nicht mehr verkaufen. Ich möchte meine Arbeit anbieten, der Gesellschaft anbieten und selber einfach auch gut leben. So, ich denke, das war's. Ich wollte eigentlich nur eine kurze Sache machen. Ich glaube, ich bin schon wieder länger dran. Ich weiß gar nicht, wie lange. Weil man hatte sich beschwert, dass ich zu lange was mache und das ist auch so eigenartig. Denn, Leute, ihr könnt doch jederzeit abschalten. Wenn das Ding hier drei Stunden geht, dann könnt ihr einfach sagen, okay, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, dann mach doch einfach aus. Einfach ausmachen. Einfach ausmachen. Und einfach auch sich rausziehen und was Neues kreieren. Das denke ich, ist schon möglich. Wir haben die Möglichkeiten dazu. Deswegen sage ich auch und plädiere dafür, für Nachrichtenkanäle, die einfach Angebote machen und sagen, das gibt es und das gibt es und hier gibt es. Ich möchte nach wie vor, hier, wir müssen eine Jobbörse kreieren, eine Jobbörse für Aussteiger und Einsteiger in ein neues System. Ja, wer macht das? Ich kann auch nicht alles machen. Ich habe jetzt die Initiation gemacht, eine Partei zu gründen und die Versammlung der alternativen Medien anzuschubsen. Das ist schon eine Menge und dafür brauchte ich Jahre. Aber ich bin eine Person. Das heißt, einer muss mal so eine Art Jobcenter oder was auch immer, das hört sich so bescheuert an, Jobcenter hat man gleich das Gefühl, oh Gott, Sanktionen und schreckliche Leute. Nein, wir müssen einen Arbeitsmarkt kreieren für den Ausstieg dieses Systems und den Einstieg in ein neues. Ja, und dann wird das auch immer größer werden. Aber dazu braucht man halt drei, vier Leute, die das anpacken und sagen, ja, Democracy App hat es ja auch gemacht. Deswegen versuche ich auch Democracy App zusammen mit Hallo Meinung zu bringen, dass wir dann 100.000 Leute sind und dass wir dann eine Gegenstrategie haben, eine Gegenkraft für die Abstimmung im Bundestag. Aber ich kann nicht alles machen. Ich kann nur das machen, wo ich auch Spaß habe dran und was mich interessiert. Da muss jeder von euch sein Talent auch mit reinbringen. Wenn einer Ahnung hat, wie man ökologischen guten Anbau macht, dann macht. Klar, wenn einer sich mit Permakultur auskennt, zack, sucht euch Leute, macht eine Gruppe auf, sagt hier jeder 500 Euro rein und dann haben wir das ganze Jahr über zusammen Gemüse und Obst. Unabhängig von all diesen großen, all die Netto und so weiter, Edeka und so weiter. Einfach machen, Leute. Wirklich. Und sich gegenseitig vertrauen. Hier, die, 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 wie Friedrich Merz, die sind einfach in allen Vorständen drin in dieser bekackten Welt. Wie macht er das denn? Wir haben doch auch unsere Connections. Lasst uns doch endlich mal hier ein bisschen einfach selbstbestimmter sein. Das ist alles. Ich habe euch gesagt, wir arbeiten in Kooperation wunderbar. Wir müssen es nur selbst organisieren. Das ist alles. Also, das war die Sendung über Friedrich Merz und seine Gedanken. Lasst es euch gut gehen. Habt noch eine schöne Woche und vielleicht melde ich mich ja nochmal diese Woche. Ich ruhe mich aus, weil ich habe in den letzten zwei Wochen nur Gäste zu Besuch gehabt. Internationale Gäste haben bei mir geschlafen. Alles Aktivisten von dieser Welt und gute Menschen, die was verändern wollen. Und ich mache meine Gespräche, meine Connections mache ich schon die ganze Zeit. Ja, also das, was ihr hier von mir seht, ist doch nur ein kleiner Bruchteil. Was meint ihr, was ich den ganzen Tag mache? mich Connecten mit Menschen seit fünf Jahren. Ich meine, seit meinem ganzen Leben. Ich kenne tausende von Menschen auf der ganzen Welt. Das ist auch gut so. Wir müssen uns Connecten. Das ist viel Arbeit, das braucht Zeit, weil wenn du arbeiten gehst für dieses System, hast du keine Zeit, dich zu Connecten. Also, denkt ein bisschen drüber nach. Macht es gut und bleibt im Frieden, egal was ist. Und lasst euch von diesen albernen, immer wiederkehrenden, äh, 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 Medien, äh, Medien und Überschriften nicht runterziehen. Das ist ein, ein Gewaltherrschaftssystem und hier werden seit dem 9-11 3,4 Millionen Menschen umgebracht. Aber das mit Waffen, ja, hört sich schlimm an, ist auch schlimm. Darf man nicht unterstützen. Und alle Zulieferfirmen auch nicht. Die Arbeit verweigern und bitte irgendwie neue Arbeitsplätze schaffen, die mit Sinn und Verstand sind. Das ist alles. Das ist ein großer Teil. Dann müssen wir die Schulen und die Universitäten machen. eigenen ökologischen Anbau, eigenen Strom produzieren. All das. Autarkie. Hm? Ist Arbeit, ja. Hm? Aber das glaubt mir. Das lohnt sich. Für unsere Freiheit. Eigene, persönliche Freiheit. Macht doch einfach mit. Was soll denn passieren? Die Übergangsphase könnt ihr einfach mal gucken, dass ihr einfach eure Kosten reduzieren. Dann müsst ihr da auch nicht mehr so viel dienen. die Kosten reduzieren. Nicht so viel konsumieren. Dann habt ihr mehr Zeit. Und zwar Lebenszeit. Und nutzt diese Lebenszeit, um etwas Neues zu erschaffen. Und setzt euer Talent ein. Was auch immer euer Talent ist, ist doch völlig egal. Wir brauchen ja alle. Wir brauchen Handwerker, wir brauchen Architekten, wir brauchen Wissenschaftler, wir brauchen Musiker, wir brauchen Philosophen, wir brauchen Denker, wir brauchen alles brauchen wir. Ärzte, alles. Wir sind es. Wir sind der Schlüssel. Nicht ein Friedrich Merz. Der hat die Schlüssel. Aber so macht man es überall rein und alles neu machen. Alles neu. Ist verdammt viel Arbeit, aber dann stehen sie im Lernen. Wenn keiner mehr ihre Sachen kauft, wenn keine Steuern mal reinkommen, weil wir Genossenschaften machen, dann haben sie ein Problem. Oder vielleicht wachen sie dann auf und verstehen, dass man mit über 90 Jahren nicht noch Milliarden horden muss. Wie dumm. Also, alles Gute und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.